Hallo, ich bin Hope. Ich bin als Botschafterin für die echten Kragenbären, auch Mondbären genannt, entstanden, um auf die Zustände aufmerksam zu machen, unter denen viele meiner Art im größten Teil Asiens leben müssen. Tausende von Bären fristen ein qualvolles Leben auf Bärenfarmen, damit ihre Galle abgezapft und in der traditionellen Medizin verwendet werden kann, obwohl es dafür viele Kräuter, Alternativen und synthetische Medikamente gibt, die dieselbe Wirksamkeit wie Bärengallensaft haben. Die Bären werden in entsetzlich engen Presskäfigen gefangen gehalten, aber allen gemeinsam ist das schreckliche, körperliche und seelische Leid, das sie den Bären verursachen. Deshalb hat Angela sich dazu entschlossen, jedes Jahr im November einen von ihr angefertigten naturalistischen Bären höchstbietend zu versteigern. Der Erlös dieser Auktion geht zu 100% an die Animals Asia Foundation. Helfen auch Sie bitte mit, dass diese Bären ein würdiges Leben in Freiheit führen können. Helfen auch Sie bitte mit, dass diese Bären ein würdiges Leben in Freiheit führen können.